Musik Der Drittklassler Felix hat geschrieben Liebes Christkind, ich möchte ein Moped mit Benzin. Mein Vater sagt deswegen, ich spinn. Und wenn du mich noch ein bisschen liebst, bitte, dass du es in Schuppen einschiebst. Ganz hinten im Eck zum alten Korn. Von dort kann ich leicht wegfahren. Mit einem Auspuff, der recht kracht und einen ganz großen Nebel macht. Dazu ein Hupen, ungefähr so wie bei der Feuerwehr. Denn du weißt, ich fahr in Heimingend, weil mich in Bergkammer jeder kennt. Meine Nasen und die Futter sind, hab ich meinen Roller fahren da rent. Geh sei so gut, bieg's wieder zusammen, dass die Schulerbüben nichts zu lachen haben. Und dass ich weiter nicht vergiss, weil es, sagen sie, im Gesetz so eine Vorschrift ist, ein Sturzhelm, wie ein Panzerschlitz. Und oft ein Tank von Opel Blitz. Und bring meiner Mutter das Recht, die Rechnerei, und was ich lernen muss, gab's bei. Dass ich nicht bei der Hausaufgabe fast alle, weil ich einen Fünfer hab. Und schließ mich ein in dein Gebet, oft fangt mich auch kein Schande nicht. Sonst, liebes Christkind, brauch ich nix. Nur um das bitte ich dich noch einmal. Dein Lix. Dein Lix. Untertitelung des ZDF, 2020